Diese Mannschaft braucht keine, und da sind wir wirklich einer Meinung, diese Mannschaft braucht keine Runderneuerung. Das ist aber, was wir ganz sicher brauchen, aber das ist der eine oder andere neue Reiz, der einfach dazukommen muss. Das ist für eine Entwicklung der Mannschaft sicherlich gut und so ist ja auch unsere Denkweise. Wir haben nicht den Gedanken, dass wir gar nichts machen wollen. Wir sind in der glücklichen Situation, dass nicht viele Verträge auslaufen. Das ist erstmal positiv und dennoch schauen wir natürlich, wir sagen es immer punktuell, uns qualitativ zu verbessern. Das ist unsere Aufgabe und auch unser Ziel für die neue Saison.